ja ich habe mehr als genug von den jahren 6 6 7 und 5 wirst du ja ich mache bei dem einen habe ich acht von dem 1 habe ich 4 7 auf sieben er hat schon wieder ein schild ja ich hab dir lange es soll man ausweichen aua woher hält er denn sein schild und gegnern glaube ich ich bin noch nicht bereit aber 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 so wie dazu kommt zum hundert zum part von diablo vier leute stärkeunterschiede fucking ich bin ja gar nichts gegen den machen ne ja ja 75 schafft das schon von dir sonne irgendwie level 80 oder so machen hilfe der werbung mit dir machen wo ist meine rüstung ich muss reparieren noch zehn minuten ist der boss beginnt das war also nicht woher chillen für fünf minuten noch gehen wir mal eine ahnung über mehr punkte im pvp gebiet sammeln nämlich an fünf minuten versuchen weiter wir hinkriegen ja so ein paar klüsternde sachen einsache ich bin okay wir können ja noch auf 80 versuchen mit dem typen 75 verstehe ich glaube ich gleich wie mit der leih ist hier ich kann ich kann ich beschleunigen glaube ich auch nicht kreis muss ich jetzt irgendwie bei mir war jetzt wenn auf kreis glaube ich meine war weil sie bei mir auf den schultertasten glaube ich ja ich habe die testen geändert ja muss man weiß nicht ob b oder a bei dir bei mir jetzt hat er dann kreis ich kann das ja gar nichts oder so ein boss mir kann das wagen macht ein kalt ja doch aber ich will ich muss jetzt leider dinge einsammeln kann mich nicht heran ich habe mich nur umgeschaut wo der gegner ist also ich muss auch ich wollte ich wurde auch von anderen spieler ja das ist der selbe tüter dann das war ja die gegenstand wenn ich ein sammierter legendärer gegenstand kann in keinem und das gegner erledigen immer noch ein paar markierte so irgendwie so weit gar nicht als eine markierende wir haben gerade so ein aktualer gemacht niemanden sind wir noch wenn sich das verliert das ist aber weil dieses ritual gerade gemacht haben nämlich einer bei immer noch markiert sind oder so irgendwie nachgegner ich finde keine gegner ich muss und so meine ich klein sollte das bringt uns ja nichts irgendwie wie geht's wenn wir stark genug sind um andere spieler fertig zu machen wenn man sich dick einpacken so ein spieler losgewerden sie war es gleich ich habe jetzt so ein event ich muss machen soll ja trinken haben ja eine abgänge zeit okay 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 Ah Ah fire out eyes It like a game of thrones Ow 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 Okay Okay wir müssen sowieso zu einem weltpass jetzt ja wieder es ist ja gerade so ein boss ja da muss der weltboss da schon mal was da wäre noch ein bisschen mehr zeit dann gehen wir zu gehen ich bin schon mal in naja mein gesell sind sie auch auf dem weg zum weltboss ja ich bin leichter so kater von sara stufe 90 plus so machen ob wir ihn auch so schnell kaputt hauen vom letzten mal naja ich meine ich meine ich war leute dunkelheit vampirin auferstandener alchemist erfahrene abenteuerin das wird euer letzter dummer fehler sein da war auch er schon wieder keine arbeit ich tue ihn versprochen jetzt könnt ihr alle auf ihn losgehen auf den schwanz ja auch diese beide dadurch gestorben ja nicht nur wir nein daran verliert na los erlebt uns wieder ihr knaben der auge tötet ja den aber vorgegeben vor den haben wir das voll gezeigt nicht mal leute er hatte keine chance ich kann jeden steinig einsammeln so besserer steigkolben das ist in der großen truhe da war wenig drin aber bisher am wenigsten drin von allen sachen kaserne von kordragan kaserne von kordragan ich glaube nicht der später der gipfel ich glaube nicht kaserne von kordragan nee und mannig hm was ist das denn für die pappe alles für die ist das es besser als mein schwert man schwer dazu viel angriff geschwindet ein bisschen besseren wirst du nicht so viel ja ist zwei sachen halt eines bei neuen sachen eine stufe 27 eine stufe 24 27 zuerst machen wir es erst gleich schwerer machen und dann hat leicht die gleichen oder sie noch weiß neue da sind ja verschiedene nicht aber ich habe auch keine von 21 schlangen ist glaube ich noch nicht ja ich habe ich stufe 24 und 27 ich habe folge der länge die neu aussehen wollte nicht weißen hat niedrigste 20 24 machen wir das meint sich auf eine für 25 schlangeness haben wir glaube ich noch nicht in haus oder schlagen das normalerweise nicht okay ja mach mal ein also mal 24 ist na los da bist du gar nicht nur der stadt habe ich da gesagt hier steht die ganze ich dachte du bist nicht mein weges weg was mich mir ja da kommt ein aber diese eine immer doch diesen effekt mit den mehr rüstung aber 100 prozent mehr erinnern aber eine basisangriff hast du mehr rüstung ich gebe mehr rüstung aber ein drin ist dafür länger so ein viertel von dem was ich in den ein ding bekommen hat halt mama das ding überhaupt macht ja oder oder stehen hat den streit kommen packt was bricht also das gefühl uns fehlt ihnen also immer so ein bisschen bald was uns irgendwie so ein bisschen soweit nicht ein bisschen stärker macht so eine bestimmte sache noch vielleicht geht es auf level 80 so richtig los mal schauen kann lehle von google trockenstefel kann man auch noch nicht so low level wein aus albturm siegel trockenstefel haben wir auch nicht sind alle 21 war und kriegen so schwachen wir nicht dort haben wir damit schieber truinen das ist ja eine schieber truinen 27 ist dann kann ich noch mal ins weg ballern das ist 23 schlangen ist habe ich dann noch das 11 25 geht ja eigentlich auch noch die anderen die ich alle habe sein level 21 mann nein ich verkehren kaserne von kordragern kaserne von kaldro ok was auch eine neue ich habe eine für level 29 hergestellt können wir auch mal versuchen ich habe jetzt gerade hergestellt jetzt auf 29 welcher danschen wissen das akans griff ja wir können es ja auch arbeiten 24 27 oder steht doch jetzt da steht doch jetzt hier alt und andere stufe 24 stufe 77 also wird die gegner sind schon davor schon war okay sind zwei grüne effekte in drinnen stößt gegner und zöserliche schreien erscheinen dann und da kriege ich ein aspekt für ein bar cool lass mich doch mal kurz nachzuhören schon mal und kordraga einer der tod oder ein golem laufen in einer bar schwaches elixierer blitzwärtsstand bitte mal gucken wie dieses ding sie aussieht hier dieser effekt wenn man mehr fahrungsmutter geben gegner zurück dann ja jetzt kann ich auch gegner haben wie du ja wie wurde ich so eine riesige abklingt zeit jetzt von den trennen hat hallo ich muss ja die gegner sind die 11 78 ich war zum soldatspielen und löst sich das spiel ja wehgetan mit dem spiel los ich dachte wir gehen also level 77 sein kommen wir reinkommen 78 gegen das ist auch voll aufnahmen mit wem aus manöviert ja nur schmerz und boter das leben eines diese welt wird bald schmerzen auch nicht alle in der barriere Es gibt einen Effekt von der Bank. Ja. Ja. Oh Gott, das war's. Nein, nein. Okay. Go. Hm. Wo? Er schießt auf mich, er sagt. Oh. So, ein Schein. Ach. Der darf hinter seinem Namen stehen so schwöre. Ja. Dein Gegner beschwören. Nein. Hallo, Fledermaus. Ja, stirbt wenn er mich angreifen. Boom, ja. du bist da ein paar rein aber gerade gemacht ich nehme an war jetzt irgendwie der neue season ist oder so kommt irgendwie andere dungeons also glaube ich habe ich echt auf meinen parker und nix mehr hier mit stärke kein einzigen stärken nehmen wir sehr kam uns dauer nämlich man muss ja auch widerstandskraft oder so gehen wir sind eigentlich nicht so gut mehr heilung mehr überwältigung schaden mehr ressourcen erzeugung also mehr gut eigentlich intelligenz schaden gegen mehr schaden bei mir die kritische treffer chance ja bei mir auch eigentlich auch nicht schlecht mehr so viel schaden halt man kann schon durch die kaserne da wir sind noch verfehlen da bin ich erkundet haben der horror der horror die achsleiche des horrors ein horror hauptmann hier ist ein vater und ein horror mutter und ein horror baby der war zum schein aktivier merkt er war schon gesagt den kollegen so verschmierte notiz ja hier ist nicht hier die ist in der stadt alles klar abgeben nehme ich an jetzt geht zum quartier der ausblut neuer schwer kaputt machen doch Oh das war eine falle und war noch aufgeladen so viel auf einen haufen wen soll ich zuerst anleiten also jetzt beruhigen wir uns alle mal so ein bisschen ja ich bin da bist du doch mal weil ich irgendwo so ein rasselschwingen habe ich sehe nicht da ist ein stärkere ja ein trank dazu bekommen wir ich habe ich aufgepasst habe ich die stacheln eingelöst da gibt es dann ja noch aber weiter die tür aufgemacht dieser rüpel schon wieder feuer noch mal die naden er stellt auf mich doch ich stimme auf euch meine schultern sind viel bereithalt eure das war schon eine aristokratie Ich bin der Grobe des Toten Mannes. ich hab ja mal wollen nicht jetzt gehen wir eine ganze menge neue ja ich bin noch nicht so gar nicht wow oh 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 du hast ja blut voller an eigentlich gar nicht schon wieder so ein typ aha 1 jahr für dich zufällig zwischen ein prozent und 230 prozent 1 prozent und 230 prozent ihres normalen schadens zufällig okay also high risk high reward klingt nach mich entlassen wir mal lieber papier vielleicht hier kann ich da ich bin noch abgeschlossen keine ressourcen und ich fähige und ich fähige diese ganzen häuschen nicht mehr stehen und ich musste und ich wusste und ich wusste so viel staub aufgewählt aber es hat ja hallo ausgezeichnet nein die tour war eine falle ich bin noch nicht ich bin schon in einen anderen raum reingegangen mann oh gott ah 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 ja jetzt kommen die voller auch noch ja den in ein glas noch gott hier ist immer feuer und gift oder war die welle die mich hier gerade verfolgt so gott ein paar jetzt mal wegflügen ich bin so schnell warum wir keine mich nicht angreifen okay weil schlechte zeit durch die tour geöffnet hatte mit dem alter und die vergänzten wie geld raus so habe ich denn hier noch in der gegner in dem raum hier sind auch schon tot da waren da glaube ich so viele räder kommen wieder mehr ich bin gerade von brettchen das war heftig ganz schöne nein ich will nicht mehr kein und nehmen wir denn hier gute frage geschicklichkeit nehme ich dann halt an der firma gritsche treffer nehmen wir geschicklichkeit weniger schaden durch gegner in der nähe aber auch nicht schlecht aber da hat er was er nicht viele punkte wenn er bekommen aber wenn er bis level 100 noch hier weiter geht das hat ja immer noch eine menge hat wir hier reinpacken können überall verbunden war vor und vor gelesen ich bin noch nicht bereit mein kollege wir können doch nicht rein mach das geht weg dann gehe ich da rein die saule gifte ganz schön schank und ich meine dorn irgendwie ich habe ihn gar nicht angegriffen ja geil schreien der druckwelle von den gegner ich tue alle versprochen natürlich die mit der druckwelle erledigen ausgezeichnet da kommt ja hier stücke ich habe die blut ich habe diese blutbeule kaputt gemacht ich bin noch nicht bereit meiner mächtigen druckwelle ok war gar kein boss oder irgendwie so hat ok ich muss warten das war gechillt irgendwie gar kein boss gar nicht wo sind jetzt das ding quest hier war seine blutkugel die ist kaputt gegangen und dann war es fertig immer sagen muss er hat ja weniger schaden nicht elite gegner das ist noch nicht mal direkt zum nächsten dinge muss ja noch einige ich habe eigentlich auch noch welche aber die sind alle so low level kann man ja nicht upgrade oder so 21 ist ein bisschen niedrig das kann ich hier nicht tun weil das jetzt überhaupt 24 glaube ich das habe ich einige sachen verkauft anstatt die auseinanderzunehmen die oh nein vielleicht ist kein bock das kann bock mal der gott da reinzupacken aspekte mäßig wir haben gerade wo gemacht nein ich will kein code eingeben wo man sich die tasche war tru ihn hat ich habe jetzt auch gerade bekommen dann sind besser dann sollen wir die da machen ok nein nein die akte akzeptiert hat nicht ja ja es geht sogar verwerten wie sagt er dann jetzt aktiviert sind ja irgendwie muss ich bei mir jetzt irgendwie ein code eingeben oder so wenn ich irgendwie x drücke bei mir ich habe verwerten wir jetzt mit einem anderen knopf drücken glaube ich ja ja jetzt fragt mich immer so habe ich ein code wird hier machen in konami kunden links rechts links rechts oben und um und dagegen so schifter ruinen 28 da wird ein bisschen heft sein was wir heute gemacht haben ist er da kann Bis zum nächsten Mal.